Ulrich Schlefer ist jetzt an der Reihe ein großer Unserzucht. Er spielte und trägt uns die kleine Nachtmusik von Wolfgang Amadeus und Mozart. Wie Sie alle wissen, ist das ein Stück aus dem 18. Jahrhundert. Dieses Stück gehört wohl zu den populärsten klassischen Melodieen mit unzähligen Auftritten in Werbung und Kinofilm. Heute allerdings kommt dieses bekannte Stück etwas anders daher. Nämlich im Stil von Wugi-Wugi. Auf geht's, glaube ich! Musik 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 Mitreisen, auf jeden Fall.